Hallo zusammen, ich bin Steve Gerda. Ich bin ein Springritter aus dem Jura und mein grösster Erfolg ist der Olympia Gold in London 2012. Auf der Vorbereitung auf Rio gibt es eigentlich nicht viel anderes oder viel Neues. Ich schaue einfach, dass ihr und mein Koss dann in der bestmöglichen Form ankommen. Ganz besonders in meinem Sport ist natürlich die Beziehung mit der Koss. Das ist natürlich, was mich jeden Tag am Leben behält und was mir am meisten Freude macht. Bis zum nächsten Mal.